Mein Name ist Thomas Wimmer, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der PowerSec GmbH. Das Unternehmen wurde 2011 mit Sitz in Neudorf gegründet. Wir spezialisieren uns auf den Bereich USV-Anlagen. Sicherheitsbeleuchtung ZS-Voranlagen für Krankenhaus-Bereiche sowie Dieselaggregate. Die Stärken der Firma PowerSecling eindeutig im technischen Know-how, das im gesamten Team steckt, sowie ein bereichsübergreifendes Produktportfolio, das uns zum Systempartner für den gesamten Notstrombereich macht. Wir bieten unseren Kunden von der Beratung, Planung, Lieferung der Komponenten bis hin zur Inbetriebnahme und Montage unserer Systeme an. In weiterer Folge steht unser Serviceteam für Wartungen und Reparaturen gerne zur Verfügung. Sollten Sie Unterstützung in diesem Bereich benötigen, finden Sie weitere Informationen und Kontaktdaten auf www.powersec.eu